Musik Hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Hier sind wieder mal die Berichte aus aller Welt. Zu den Honigmann-Nachrichten komme ich gleich. Zunächst einmal würde ich gerne nochmal aufmerksam machen oder Infos geben zum Honigmann-Treffen, was ja bekanntlich am 2., 3. und 4. Dezember in der Nähe von Rola stattfindet. Wer zum Beispiel Vortragsredner sind oder wer alles kommt, der Honigmann sowieso dabei. Zum Glück, alle haben sich gefreut, dass er gestern die Nachrichten wieder gemacht hat. Das freut uns, glaube ich, alle. Er wird definitiv an allen drei Tagen die ersten Vorträge erhalten, einmal über die Bienen oder Gesundheit durch die Bienen und so weiter und die weltpolitische Lage etwas erörtern, um dann unsere Vortragsredner zu reden lassen zu kommen. Unter anderem Rasmin B. Schaffi vom Freigastforum Tübingen, wie immer unser Holger Kreiner, der Mann mit den heimenden Händen. Eva Körkner wird wieder dabei sein. Sie stellt russische Frequenzgeräte vor. Wie immer Walter Richard Eisentraut für den Freitagabend. Für Samstag ist Richard Willi an der Reihe. Als erster über die Heilung durch Runen. Dieter Schall ist wieder dabei. Am allermeisten freue ich mich über Rüdiger. Diesmal über Rüdiger Lachmann, der über die fünf biologischen Naturgesetze spricht. Die sechsten und siebten, die gibt es so nicht in dieser Naturgesetzgebung. Mal gleich von vornherein. Ich habe mich natürlich gleich wieder schlau gemacht. Für einige, die es wissen wollten. Dann ist der Jens-Uwe Jesen dabei, der über die Numerologie der Kabbalah spricht. Klaus Müller spricht über die deutschen Fragen. Und am Sonntag wird, wie gesagt, der Runigmann zuallererst wieder über die aktuelle politische Lage sprechen. Dann unser Peter Beierl über die wahre Entstehung der weltweiten Pyramiden. Und am Ende einem großen, guten Thema, das wird Frank Willi Ludwig über die Waldschule Tekos sprechen. Also für mich ist es immer wieder sehr interessant, was Frank da immer alles so Neues wieder preiszugeben hat. Also ich würde mich freuen, euch alle sehen zu können. Zumindest die, die meinen, ganz in der Nähe sein zu können. Meldet euch einfach an unter immer großgeschrieben 76 at web.de Schauen wir mal. Kommen wir zu den Honigmann Nachrichten vom 17. November 2016 mit der Nummer 969. Wie man vielleicht im Hintergrund erkennen kann, es stürmt ganz schön bei uns. Es regnet immer zu, mal strichweise, aber es ist unangenehm. Allerdings sind die Temperaturen wieder auf 10 Grad hochgegangen. Und das ist für November, naja, schauen wir mal. Cambridge. Meistenteils stammen klinisch eingesetzte Antibiotika aus Bakterien oder Pilzen. Aber auch Tiere und Menschen produzieren antibiotisch wirksame Substanzen. Die sogenannten antimikrobiellen Peptide, die AMP, haben unter anderem den Vorteil, dass sich nur selten dagegen resistente Erreger entwickeln. Jetzt haben amerikanische und brasilianische Biologen ein AMP aus Meerestieren durch chemische Veränderungen optimiert. Das muss eigentlich gar nicht sein. Die Natur gibt im Grunde alles, dass man nicht mit Tieren sogar noch rumhintieren muss. Aber naja, schauen wir mal weiter. Veränderungen optimiert wird. In Tierversuchen tötete der Wirkstoff Clavanin-MO nicht nur verschiedene, auch multiresistente Bakterienarten ab. Er aktivierte gleichzeitig die Immunabwehr und verhinderte überschießende Entzündungsreaktionen. Wenn klinische Studien erfolgreich verlaufen könnten, das neue Mittel als eine dringend benötigte Alternative zu den klassischen Anti-gegen-Bio-Antibiotika dienen. Anti-Bio sagt ja im Grunde schon alles. Es ist genauso wie Krankenhaus. Es müsste Gesundheitshaus heißen. Aber es wird ja bei uns bekanntlich alles verdreht. Und es ist im Grunde wieder ein Beispiel. Da passt die folgende Meldung ja jetzt perfekt. BAPS1-Komplexsystem, Antikavitation, hexagonales Cluster. Man muss dieses ganze Thema alles in Kombination und im Zusammenhang verstehen lernen. Es ist ein schwieriges Thema, das gebe ich zu. Die Informationen hole ich mir natürlich da, wo sie herkommen. Ich habe mich auch belesen müssen, um es zu begreifen. Ach ja, was soll man dazu sagen? Wacht auf, in euren Reihen ist ein, der ungeordnetes Wissen für euch bereithält. Lauft nicht zu den Pyramidalen, was ich eben gelesen habe, Sektengeführten Bauernfängern. BAPS1-Komplexsystem, Antikavitation und der Begriff alleine sollte zum Nachdenken bringen, hexagonales Cluster. Die verkommene Schulwissenschaft kann es nicht lassen, im Auftrag der zielungeführten Big Pharma, sie rauben exzellentes Wissen, das für die Menschheit vorgesehen ist, und machen es zum Maximalprofit. Ekelhaft und kriminell. Dafür steht die Höchststrafe bei Schöpfersgericht garantiert und schneller als diese Halunken es sich vorstellen können. Die Erfindung betrifft die Verwendung eines multifunktionellen Wirkstoffgemisches für die Herstellung einer pharmazeutischen Zusammensetzung zur Behandlung, Vorbeugung oder Linderung von Demenzerkrankungen, insbesondere von Morbus Alzheimer, mit präventiven und therapeutischen Eigenschaften. Anwendungsgebiete der Erfindung sind die Lebenswissenschaften und die pharmazeutische Industrie. Das erfindungsgemäß verwendete multifunktionelle Wirkstoffgemisch umfasst eine Fraktion spezifischer Peptide mit Molekulargewichten bis zu 10.000 Dalten und eine Fraktion essentieller und nicht essentieller Aminosäuren, welche durch Inkubation von Zellen bei geeigneten Wachstumstemperaturen und anschließender Lüse für die Herstellung einer pharmazeutischen Zusammensetzung zur Behandlung, Prophylaxe und oder Metaphylaxe von Demenzerkrankungen dient. Wie gesagt, man muss es verstehen, man sollte die Patente ablesen. Es ist alles in Kombination zu verstehen. Die hexagonale Strukturierung insgesamt hat Egon oder IT ebenso in seinen Nanohydrogenen mit Silizium als Datenträger und Neuropeptiden zur Minimierung und Umkehr der Zellalterung in zahlreichen Kosmetika, die weltweit die wirksamsten sind, was die Hautalterung, also die Zellerneuerung betrifft. Gehen wir davon aus, dass Ursache aller Erkrankungen eine Entzündung ist. So besitzen wir hier Bio-Nano-Komplexe, unter anderem definitiv Biotika, was ich selbst meinen Katzen mittlerweile einflöße und sehe, da geht es alles bergauf. Naja, man muss selbst auch lernen und dabei sein. Man muss es selbst sehen, sonst begreift man nicht. Wie sie, also weiter, wie sie weltweit niemand hat und die gesündeste Form der Strukturierung im Leben, die hexagonale Strukturierung selber machen kann. Das ist exzellente Voraussetzung für eine Selbstmedikation, wie es sie bislang nie gegeben hat. Dann können wir auf diese sogenannten Impfen-Antibiotika-Spritzen sehr gut verzichten, die im Grunde nur das auslösen, dass wir noch kranker werden. Naja, Steigerung der körpereigenen Immunantwort auf über 400% in wenigen Stunden gegen alle Entzündungen. Ursachen alle Erkrankungen, wer die Entzündungen beseitigt, der lässt den Körper selber heilen. Das ist auch ein großes Thema. Der Mensch kann da gar nichts machen, nur die Initialzündung geben. Und bedenkt eines sehr genau. Ohne das Hirn, und darum geht es auch hauptsächlich, dem Kopf ist eine Heilung ausgeschlossen. Antistress und Neuropeptide in hexagonaler Struktur, Transmitter, ist aber das Wasser, das hexagonale Wasser. Und dann ist das jetzt auch wieder, den sollte man eigentlich begreifen, Wasser ist Blut und Blut ist Wasser. Also selbst unser Blut wird, ja, als Transporteur benutzt, genauso wie das Wasser schon benutzt wird. Also wie man weiß, wie man es zu benutzen hat, um es zu reinigen und in Ordnung zu bringen, durch das hexagon. Unter anderem, stoppt die Biene, stoppt der Mensch. Auch dahin sollte man immer denken, mit dem hexagon. Es ist so. Auch wenn ich mich wiederhole, IT anschreiben, unter dem Link, unter diesem Video, kommt man auf die Seite, dann findet man die E-Mail-Adresse. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Es geht leider nur auf diesem Wege. Man muss allerdings das ganze Paket verstehen. Lesen, lesen, lesen. Man muss es tun, ich habe es auch tun müssen. Ja, ähm, also traut euch, ihn anzuschreiben. Ihr kriegt garantiert eine Antwort von ihm, hundertprozentig. Weil er ist ja der Spezialist und derjenige, der die Potente darf hat. In diesem Zusammenhang freut euch, ich hatte es die Tage schon mal gesagt, auch so nicht mal treffen. Mehr will ich hier noch nicht verraten. Gold, Silber, Papiergeld, Schuldenblase Seit der Trump-Wahl steht die Finanzwelt auf dem Kopf. Der Dow eilt von Rekord zu Rekord, ausgerechnet Bankaktien schießen nach oben. Gold und Silber stürzen ab, VS-Bonds kollabieren, Rendite und Dollar steigen. Die Wahlwoche in den VSA brachte nach anfänglichem Angstanstieg für Gold nach dem Trump-Sieg einen regelreichen Absturz des Preises in den Tagen danach. Die Kombination aus steigenden Renditen und festen VS-Dollar, die sich nach der Wahl einstellten, ist negativ für Gold, solange die Inflation nicht anzieht und die Realzinsen somit positiv sind. Doch der Preis von Gold wird nicht nur durch die VS-Politik gemacht. Auch hier wird der politische Effekt kurze Beine haben. Langfristig spielen Inflationierung der Papiergeldwerte in aller Welt, die Nachfrage in China und Indien, sowie die Schuldenblase die entscheidende Rolle. Darauf wird man sich bald wieder besinnen. VSA Eines ist klar. Die amerikanische Supermacht befindet sich in der Situation einer Systemkrise. Jedes Jahr schrumpft somit Washingtons Einfluss in diversen Bereichen, sowohl im militärisch-politischen als auch im ökonomischen und kulturellen. Der Verlust der Vorteile einer unipolaren Welt und die Bildung neuer Zentren der Macht, der wachsende Einfluss Chinas und die Konkurrenz seitens des Verbundes der BRICS-Staaten werden von Washington als die größte Bedrohung für die Positionen der VSA wahrgenommen. Das ist schon klar. Und die Fähigkeit zur Vorzeige der militärischen Macht, die wirtschaftliche Macht und die Verwendung von Softpower sind für die VSA die bestimmten Indikatoren für Erhebung oder Niedergang des amerikanischen Reiches der Freiheit. Texas Die Tatsache, dass dieses Ölfeld das größte ist, das wir je entdeckt haben, soll zeigen, dass sogar die Gebiete, wo wir bereits Milliarden Barrel von Erdöl gefördert haben, immer noch den Potenzial für die Erschließung weiterer Milliarden Barrel besitzen. Dies teilte der Koordinator des USGS-Programms für Energiequellen, GUIDROS, mit. Das Vorkommen an der Schiefer-Formation Wolfkamp in Texas wird 28 Milliarden Barrel Erdöl und 16 Trillionen Kubikmeter Gas eingeschätzt. VSA-China Ein Krieg zwischen den VSA und China? Dass dies durchaus möglich wäre, verkündete kürzlich der große amerikanische Think Tank Runt Corporation in einer Studie mit dem Titel Krieg mit China das undenkbare Denken. Fazit ist, dass falls China den pro-westlichen Weg nicht wählt, kommt es zu einem großen Krieg. Klare Warnung der VSA an die Nuklear-Macht China? Nun könnte Trump mit seiner angekündigten Politik der Stärke und des America First gefährliche bis verheerende Entscheidungen treffen. Doch selbst die demokratische Obama-Regierung warnte China schon vor weiteren Expansionsbestrebungen im südchinesischen Meer. Brasilien Ausgerechnet in einem Schutzgebiet sind in den vergangenen 1,5 Jahren 84 verendete Meeresschildkröten registriert worden. Eine Studie im Park National dos Lanchois zeigt, dass die Tiere unter anderem Probleme haben, nach der Eierblage am Strand wieder ins Meer zu gelangen. Betroffen davon ist auch die äußerst seltene Lederschildkröte. Buenos Aires Das argentinische Bundesgericht hat ein weiteres Verfahren gegen Ex-Präsidentin de Kirchner eröffnet. In ihr wird vorgeworfen, zusammen mit Sohn Maximo Geld gewaschen und offizielle Dokumente gefälscht zu haben. Dies betrifft zwei Hotels. Des Weiteren werden ihr Angstpflichtverletzungen bei der Vergabe öffentlicher Bauprojekte vorgeworfen. Gottchen Sagen Sie mal bei den anderen anfangen, die haben, glaube ich, viel mehr Dreck am Stecken. Wer das immer alles nur finanziert, wenn sie hin und her fliegen, dumme Steuerzahler, da kriegt kein Hand danach. Aber wenn sie loswerden wollen, da finden sie immer irgendwas. Aleppo, Moskau Einen Tag nach der Armeemitteilung hat auch der Kreml mitgeteilt, dass seit 28 Tagen keine Luftangriffe mehr auf die nordsyrische Stadt Aleppo geflogen werden und dass der Stock der Luftangriffe für diese Stadt weiterhin gilt. Raqqa, Pentagon In der syrischen IS-Hochburg Raqqa wurde einer der Ähnliere der Terror-Miliz Abdal al-Iraqi von der VS-Koalition liquidiert, berichtete TASS unter Berufung auf das Pentagon. Dem Vertreter der VS-Streitkräfte im Irak und Syrien, Dorien, zufolge sei der Kämpfer ein Iraker gewesen, der für die IS-Leistungen im Nahen Osten zuständig war. Unter anderem waren sie Gegenziele in den VSA, der Türkei und Europa gerichtet. Ankara Hallo, in der Anschluss ist der Tag nicht gewendet. Bitte hinterlassen wir Ihren Namen und Ihren Titelbogen. Das ist ja wohl unglaublich, wenn es manchmal abgeht. Ankara Zum verbalen Schlagabtausch mit internationaler Beachtung kam es zwischen dem deutschen Außenminister Steinmeier und seinem türkischen Kollegen Karo Soklu beim Treffen in Ankara. Weil viele europäische Staaten, insbesondere Österreich, die Beitrittsverhandlungen abbrechen wollen und so weiter, winkte nun auch Steinmeier in Ankara ab. Er nannte als Begründung auch die türkischen Überlegungen zur Todesstrafe für Anhänger vorgeblicher Budschisten. Das Volk will die Todesstrafe und meine Frau auch, entgegnete Karo Soklu. Indien Laut der chinesischen Zentralbank ist Chinas Outstanding Founds for Foreign Exchange im Oktober 2016 im Vergleich zum September um 2,68 Milliarden Yuan reduziert worden. Das heißt, der Staat hat im September so viel ausländische Währung, also hauptsächlich für S-Dollar, verkauft. Der Oktober ist bereits der zwölfte Monat, in dem China mehr ausländische Währung verkauft als kauft. Das bedeutet eine andauernde Kapitalflucht aus China. Moskau, Den Haag Am 16. November hat der Präsident der Russischen Föderation die Verfügung zur Absicht der Russischen Föderation, nicht Teilnehmer des römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs zu werden, signiert. Die entsprechende Benachrichtigung wird der Depositar in der nächsten Zeit erhalten. Leider konnte der Gerichtshof die Hoffnung nicht rechtfertigen und ein wirklich unabhängiges und angesehenes Gremium der internationalen Justiz werden. In verschiedenen Orten, insbesondere in der VN-Vollversammlung und im VN-Sicherheitsrat, wurde die ineffiziente und einseitige Arbeit des Gerichtshofs hervorgehoben. Kennzeichnend ist die Tatsache, dass der internationale Strafgerichtshof im Laufe von 14 Jahren nur vier Urteile gefällt und dabei mehr als eine Milliarde Dollar ausgegeben hat. Russland In Russland tragen etwa 35 Millionen rein privat bewirtschaftete Hinterhofgärten immer stärker zur Versorgung der Bevölkerung bei. Schon 1999 wurden auf diese Weise 50% der Milch, 60% des Fleisches, 77% des Gemüses, 87% des Obstes und 92% der Kartoffeln erzeugt. Beim meistenteils harten russischen Klima, Vegetationsperiode durchschnittlich nur halb so lange wie in den VSA. Um diese Art Versorgung der russischen Bevölkerung auch bei eventuell noch länger anhaltenden Sanktionsmaßnahmen sicherzustellen, fördert Moskau diese private Landwirtschaft jetzt noch in besonderem Maße. Dazu erhält jede russische Familie grundsätzliches Recht auf ein kostenloses und steuerfreies, privates Gartengrundstück. Ja, das kennen wir auch noch aus DDR-Zeiten. Hat fast jeder einen eigenen Garten gehabt und wir haben wirklich uns vielen selbst gezogen. Und wir sind auch wieder auf dem besten Wege dahin. Viele von uns zumindest. Sehr schön eigentlich. Krim, Russland, New York Der dritte Ausschuss der UNO-Vollversammlung, also Ausschuss für Menschenrechte, hat eine Resolution beschlossen, in der Menschenrechtsverstöße auf der Krim verurteilt werden. In der Resolution wird außerdem die territoriale Integrität der Ukraine und die Nicht-Einerkennung der annektierten Halbinsel bestätigt. Ukraine Die Ex-Sowjet-Republik Ukraine steht ganz oben auf der Liste der korruptesten Länder in Europa und Zentralasien. Zu diesem Schluss gelangten Experten der Organisation Transparency International, die gegen Korruption kämpft. In der auf der Transparency-Website veröffentlichten Studie heißt es ferner, dass die Ukraine die schlechtesten Noten zu allen wichtigsten Aspekten erhalten hat, die Korruption unter Parlamentariern. Höhe der Bestechungsgelder und negative soziale Umstände betreffen, die der Korruptionsbekämpfung im Wege stehen. Brüssel, Syrien Am 14. November hat die EU gegen 17 Minister und Ministerinnen Syriens sowie den Chef der syrischen Zentralbank Sanktionen verhängt. Da ist die EU-Merspitze drin. Laut Angaben der EU werde damit gegen das gewaltsame Verhalten gegenüber der syrischen Zivilbevölkerung vorgegangen. Darf ich mal lächeln? Wer geht hier gegen die syrische Zivilbevölkerung vor? Wahrscheinlich nicht der Chef selber. Es wird sich alles klären. Es wird sich alles klären. Man kann es wirklich langsam nicht mehr aushalten, was hier abgeht. Brüssel, Spanien, Portugal Erstmals überhaupt hatten die Eurofinanzminister Mitte Juli Bußgeldverfahren gegen zwei Mitglieder der Währungsunion in Gang gesetzt. Spanien und Portugal drohen damit hohe Straufen von bis zu 0,2 Prozent der Wirtschaftsleistung. Ein Vorschlag der Kommission wurde von den Geldbußen dann aber abgesehen begründet, wurde das mit der schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Lage in beiden Ländern. Paris, Frankreich Frankreichs Präsident Hollande will eine Verlängerung des Ausnahmezustandes bis zur Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr. Ein entsprechendes Gesetz werde dem Parlament vorgelegt, sagte Hollande am Dienstag. Der Ausnahmezustand war nach den Anschlägen in Paris am 13. November 2015 vereint und wiederholt verlängert worden, zuletzt nach dem LKW-Anschlag in Nizza am 14. Juli. Ohne Verlängerung läuft er Januar 2016 aus. Österreich Bereits 2015 forderte der Vorstand der Universitätsklinik für Frauenheilkunde am Wiener AKH Husslein verstärkte Sicherheitsmaßnahmen für medizinisches Personal. Sanitäter berichteten gegenüber unsensiert.at von nahezu täglichen Angriffen, sei es durch Betrunkene, unter Drogen stehende Personen, aber immer häufiger durch Migranten, welche durch verfeindete Clowns verletzt wurden und dem Gegner Hilfe untersagen wollen. Auch der nötige Respekt gegenüber den Hilfskräften vermindert sich laufend. Wir kommen bei den Arabern nach der Müllabfuhr, erzählte der langjährige Rettungswagenfahrer Luis. Also hier muss wirklich was passieren. Oder es muss so schlimm werden, dass sie alle munter wären und sich das nicht mehr bieten lassen hier. Und es wird auch so kommen, dass der letzte Gutmensch aufwacht. Duisburg. In Duisburg, Maxlow, haben eine kriminelle libanesische Großfamilie und ein Roma klar in eine Allianz geschlossen. Die Roma begehen die Diebstähle, die Libanesen fungieren als Heeler und setzen die Ware ab. Schon klar, sagte ein Bezirksdienstbeamter der Polizeiwache Maxlow unserer Redaktion. Bei den Roma handelt es sich vor allem um Armungsflüchtlinge aus Rumänien, die in Maxlow zu tausenden in Schrottimmobilien wohnen. Wir geraten dabei, einsetzen gelegentlich in Bedrängnis, sagte der Beamte. Na, wenn das aber schön ausgedrückt, gelegentlich in Bedrängnis. Wie gesagt, es ist der Anfang, das wird sich alles noch verschärfen, was irgendwo mal angefangen hat letztens. Bochum. Drei Antänzer, 20, 24 und 25 Jahre, wurden am Sonntag festgenommen. Sie trugen jede Menge Diebesgut bei sich und stehen im Verdacht, Feiernde in der Bochumer Innenstadt bestohlen zu haben. Sie wurden vorläufig festgenommen. Unterhaching. Zum vierten Mal in diesem Jahr ist die Landesgeschäftsstelle der AfD in Bayern von Linksextremisten angegriffen worden. Sonntagnacht gegen 3.45 Uhr schmissen die Täter mit fünf Pflastersteinen zwei große Fensterscheiben ein und sprühten mit roter Farbe großflächig Parolen an die Hauswand. Die Extremisten haben danach die Räume betreten, randaliert und die Inneneinrichtung verwüstet. Selbst das Sicherheitsglas, das wegen der andauernden Angriffe eingebaut wurde, hielt dem Angriff nicht stand. Die Ausschreitungen werden immer mehr hier. Herrlich. Wie gesagt, die Gutmenschen, die Bonnachsklatscher werden sich jetzt ganz doll freuen, was hier abgeht. Sachsen-Anhalt. Der Wolf ist erstmals seit 150 Jahren wieder im Süden Sachsen-Anhalts festgestellt worden, und berichtete die in Halle erscheinende Mitte-Deutsche Zeitung. Offenbar rückt das Raubtier immer weiter auch in dicht besiedelte Gebiete vor. Wie erst jetzt bestätigt wurde, hat ein Autofahrer auf der B100 bei Lenzberg im Saale-Kreis vor zwei Wochen ein männliches Tier überfahren. Das ist der erste sichere Nachweis, hieß es aus dem Umweltministerium. Experten haben den weiteren Vormarsch bereits erwartet. Ja, dann bin ich mal gespannt, was da noch draus wird. Da kriegen hoffentlich nicht die Jäger noch mal Auftrag. Die gute Nachricht. Wir Deutschen haben uns für unsere Vergangenheit und unsere Ahnen nicht zu schämen. Ganz im Gegenteil. Wir müssen sie unbedingt neu entdecken. Es ist unsere Pflicht, uns mit der Germanistik auseinanderzusetzen. Wir Deutschen haben eine wahre Kultur. Wir Deutschen gehören zu dem Ursprung einer westlich zivilisierten und autarken Welt, ohne dass wir eine kulturelle Identität künstlich erzeugen müssen, indem wir andere Kulturen vernichten. Wir sind mehr als das. Was uns seit Dekaden eingeredet wird, wir haben eine Geschichte, die es wert ist, sich zu entwickeln, denn unsere Vorfahren haben ihr Leben gegeben, damit wir heute in Freiheit leben sollten. Ja, und leider wird geschichtspolitisch alles zensiert, alles verdrängt, alles wegretuschiert, wo es nur geht. Und den Schülern der Schule wird nur noch Mist erzählt. Damit ja nicht einer auf den Gedanken kommen könnte, nach seinen Ahnen zu forschen. Aber das ändert sich auch bald. Und die zweite gute Nachricht. Räume jetzt auf in deinem Leben, von innen nach außen und erschaffe Frieden in dir und mit den anderen. Das Jahresende fordert uns auf, reinen Tisch zu machen. Das Jahr rund zu machen und all das aufzuräumen, was uns nicht mehr dienlich ist. So wie auf den Feldern und in den Martins und anderen Feuern das Alte verbrannt wird, können auch wir uns selbst frei machen. Aus alten Mustern und Verstrickungen uns den Unfrieden in uns anschauen und Frieden machen mit uns und mit anderen und das Licht in uns anzünden und unser Herz öffnen, führt die Liebe zu uns, unseren Mitmenschen und zum Leben selbst. So wie wir auf das Fest der Liebe und des Lichtes, der Geburt zugehen und auf den Jahreswechsel, können wir uns auch innerlich für den großen Wechsel, für eine Neugeburt, für einen inneren Umzug entscheiden, für eine neue Richtung in unserem Leben, unserem Sein und Tun und die Liebe wieder in den Fokus unserer Aufmerksamkeit stellen. Denn nur die Liebe, aus uns selbst heraus, die Liebe und die Freude an unserem Sein, kann uns nähren. Zünde das Licht in dir selbst an und lenke das Licht deiner Aufmerksamkeit auf die wesentlichen Dinge, auf das, was dein Herz will. Es will zutiefst lieben und dieser Liebe im Leben Ausdruck verleihen, im Sein mit dir, mit anderen, ob im Privaten oder in deiner Arbeit. Und nutze die besondere Qualität dieser Zeit, nutze den Tag Carpe Diem. Und das war es mal wieder für heute. Reicht aufregend heute mit sämtlichen Zwischenrufen, aber sowas passiert halt manchmal. Ja, ja, ja. Meine Güte. Sowas passiert manchmal. Manche lassen sich locker. Das ist schon manchmal ganz schöner Stress. Wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Wünsche einen am unerschönen Abend. Und beeilen mich jetzt, dass es nicht wieder klingelt. Und verbleibe wie immer mit herzlichen Grüßen an alle. Eure Biene von Monigmann. Und Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017